Der performende Paradiesvogel Der performende Paradiesvogel Gattasia Ad-Odre Wagner. Weil sie es irgendwie geschafft hat, in dieser erlarmenden, zermürbenden und klebrigen Zeit in Bewegung zu bleiben und unglaublich viele Ideen umzusetzen. Eine inspirierende Persönlichkeit, die innovativ und kreativ bleibt und das Zeitgefühl verkörpert. Und das ganz und gar. Sie tanzt nicht nur, sie choreografiert auch, sie konzipiert und das nicht alleine, sondern auch in einem Kollektiv. Sie schafft Raum für andere, um auszuprobieren, ob im Theater oder im Tanzfest oder in den Stunden. Sie engagiert sich, bleibt dran und macht das hoffentlich noch ganz, ganz lang. Oh, danke! Danke viel, viel Mal. Nein, ich freue mich sehr. Also ja, es ist eine grosse Ehre. Auch gewürdigt werden, auch so kurz nach meinem Abschluss. Ich bin ja noch nicht so lange unterwegs in der Tanzszene. Und Corona hat mir auch geholfen, um ein bisschen Zeit nehmen und zurückzuschauen, was ich eigentlich alles schon gemacht habe in dieser kurzen Zeit. Und ja, ich bin mega glücklich. Ja, wir freuen uns dann auch noch auf ganz viele andere Projekte von dir. Danke!